Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zum Kurzformat von Stoner, Frank und Frey, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, kommen jetzt die Aliens? In letzter Zeit häufen sich diese Nachrichten, oder? Bekommt ihr das auch mit? Es taucht immer mehr, auch jetzt im Mainstream, taucht immer mehr so dieses UFO-Alien-Thema auf. Und ich sage zwar immer, man muss diese Dinge getrennt halten. Das UFO-Thema ist das eine, das Alien-Thema ist ein anderes. Das UFO-Thema ist für mich auf jeden Fall ein Phänomen, mit dem man sich beschäftigen kann. Das ist für mich ein reales Phänomen. Und ohne genau zu sagen, oder genau zu wissen, was es ist, hat möglicherweise auch verschiedenste Hintergründe, verschiedene Erklärungen, das ist vielleicht ein vielfältiges Phänomen. Aber dieses UFO-Phänomen gibt es. Es gibt so viele Sichtungen. Und auch ich selber habe schon UFO gesehen, also so Lichter am Himmel, ähnlich wie sie auch viele, viele andere gesehen haben, wie es auch viel Footage gibt, so auf der Tube. Solche Dinge habe ich auch schon gesehen. Also das UFO-Phänomen ist echt. Und es ist auch völlig fair, sich damit zu beschäftigen. Wie auch hier einer von unseren Noviso-Kollegen hier. Hinten ein schönes Bild hier, Robert Fleischer, Grüße an der Stelle. Exopolitik, hey, super Seite. Das ist auf jeden Fall wichtig, sich damit zu beschäftigen. Aber das Alien-Thema, da bin ich sehr, sehr skeptisch, sehr, sehr misstrauisch. Und habe so ein Gefühl, dass uns das in die falsche Richtung führt. Mit UFO sich beschäftigen, das ist Technologie, das hat auch was mit Erde zu tun. Dieses Alien-Thema, das scheint mir eine Sackgasse zu sein. Und es gibt zwei Gründe im Grunde genommen, warum ich dieser Alien-Geschichte höchst misstrauisch gegenüber bin. Das eine ist, dass es keinerlei Beweise gibt für irgendwelche Alien-Aktivitäten auf dieser Welt. Und das zweite ist, dass ich darin halt, wenn man sich damit genauer beschäftigt, sehe ich ein altes Thema, eine alte Story, die nur auf unsere Zeit angepasst ist. Also ich sehe sozusagen in der Kulturhistorie, sehe ich die Entwicklung, wie wir zu diesen Alien-Geschichten gekommen sind, die nicht schon immer da waren. Aber vorher gab es andere Geschichten. Und diese Zusammenhänge, die sehe ich ziemlich deutlich. Sodass für mich das sehr ersichtlich ist, dass diese Alien-Geschichte eine menschliche Geschichte ist. Aber zum Ersten, gibt es denn keine Beweise für Aliens? Wie sieht es denn aus mit Archäologie? Und da gibt es natürlich jemanden wie Erich von Däniken, der zahlreiche Bücher seit den 60er Jahren geschrieben hat, wo die Grundthese ist, Paleo-Seti. Dass also Paleo in der Vor- und Frühgeschichte, dass es da vielleicht schon eine Berührung gab, einen Kontakt gab mit außerirdischen Welten. Und dass da dann so die Inspiration auch gekommen ist für mögliche technische Errungenschaften, Architektur und so weiter. Und es geht mir keineswegs darum, von Däniken zu bashen. Ganz im Gegenteil. Ich habe vor dem Riesen Respekt, weil der in den 60er Jahren überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass man Archäologie, die verschiedenen Bereiche von Archäologie, ob das Ägypten ist oder Amerika oder wo auch immer, dass man das mal rausholt, mal aus diesen verstaubten, auf dem 19. Jahrhundert basierenden Denkschulen, sondern dass man mal völlig neu daran geht. Und das ist ein ewiges Verdienst von Däniken, sein Lebenswerk, dort wirklich eine neue Perspektive aufgemacht zu haben und ganz viele Menschen auch eben Neugier gemacht zu haben. Schauen wir uns das mal genauer an. Aber es war für mich schon in den 90ern, ist mir schon klar geworden, dass jetzt rein der Inhalt von Däniken, dass ich da nicht zustimme. Ich war auch an mehreren Orten, damals in den 90ern war auch meine reisende Jahre, ich war an mehreren Orten auf der Welt, wo die auch Däniken beschreiben. Das ist so ein riesen Unterschied, wenn du vor Ort bist und dann dir das anguckst, zu dem, was in so einem Buch da geschrieben steht. Es gibt keinerlei archäologische Funde, die irgendwie außerirdisch sind. Das ist ein Punkt. Es gibt keine. Es gibt ganz viel in der Archäologie auch, es gibt Funde, die nicht in die Timeline passen. Es gibt Funde, die erstaunlich sind, die man auch versucht zu unterdrücken, verbotene Archäologie, alles Dinge, die es gibt. Aber es gibt nichts Außerirdisches. Und ich hatte auch mal mit dem Klaus Dona gesprochen, der in Wien vor ein paar Jahren so eine außergewöhnliche Ausstellung organisiert hat, die ich leider verpasst habe, wo es darum ging, wo er Artefakte ausgestellt hat, die eben nicht in die Schemata der Schularchäologie reinpassen. Das ist fair, das gibt es. Aber auch wenn ich ihn gefragt habe, der noch mehr Dinge kennt und der auch vernetzt ist mit Sammlern und Leuten, die da in diesem Bereich unterwegs sind. Aber wenn ich ihn frage, gibt es auch nur ein Artefakt, was du je gesehen hast, was mit Sicherheit außerirdisch ist? Dann sagt er nein. Man könnte natürlich auch sagen, okay, wie willst du das beweisen, dass es sicher außerirdisch ist? Naja, ziehe ich mal wieder mein gutes altes Tim und Struppi zur Rate, Flug 714 nach Sydney. Dort geht es auch um diese Paleo-Sethi-Geschichte, die natürlich faszinierend sind. Das ist ein Comic aus den 60ern, der hat das gar nicht aufgegriffen. Aber da ist es dann so, da werden die Protagonisten dann tatsächlich, kommen die in Kontakt mit einem UFO und da sind außerirdische drin. Und am Ende kriegen dann alle so einen Vergessenszauber, so werden geblitzt, aber Professor Bienenlein, der hat in seiner Tasche einen Gegenstand, der eben außerirdisch ist. Und was ist ein solcher Gegenstand, das echt beweisen könnte? Der zieht so eine kleine Schraube raus oder irgend so ein Werksteil, aber hey, das ist aus einem Metall, was es bei uns nicht gibt, aus einer Legierung von Rohstoffen, die es auf dieser Erde nicht gibt. Das wäre ein Beweis für was außerirdisches. Gibt es aber nicht. Es gibt bei uns Funde, die seltsam anmuten, vielleicht aussehen wie ein technisches Artefakt, aber hey, wenn es doch Stein ist, dann ist es irdisch. Dann ist es nicht außerirdisch. Der Stein per se ist ja die Erde. Und was damit auch viel zusammenhängt, ist, dass wir halt nicht genau wissen, wie unsere Vor- und Frühgeschichte lief. Und da wir auch manchmal dem Menschen das nicht zutrauen, boah, wir können Menschen das gebaut haben, steht man vor irgendwelchen Megalitbauten. Und das ist auch so ein Puls. Man ist erstaunt über die Leistung. Und dann denkt man sich, wie haben die es gemacht? Und wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht, wie man mit diesen großen Gewichten, Massen umgegangen ist, mit diesen unglaublich großen Steinen, die verarbeitet wurden. Wir wissen es nicht. Aber ganz ehrlich, es erscheint mir fast ein bisschen infantil zu sein, dann so auf die, dann Reflex mit zu sagen, okay, ich verstehe nicht, wie es ist. Also haben sie irgendwelche Nichtmenschen gebaut. Riesen vielleicht, weil die so groß waren, die konnten die Steine tragen. Aliens, was auch immer so. Aber das ist eine Projektion auch. Wenn du dir die Sachen anschaust, Archäologie anschaust, die waren an vielen solchen Orten, man ist, ja, es ist mindblowing, aber es sind Menschen, die es gemacht haben. Und ich bin halt, also ich sehe immer den Menschen im Mittelpunkt. Und ich habe halt unglaublich großes Zutrauen dem Menschen. Und nur, weil ich nicht weiß und nicht verstehe, wie jemand anders das gemacht hat, habe ich aber Vertrauen darin oder traue einfach den Menschen so viel zu. Ey, es gibt unglaubliche Dinge, die Menschen können. Also auch im Bereich Handwerk und Kunst und so weiter. Es gibt jedenfalls keinen Beweis. Das ist mal das allererste. Nichts auf dieser Erde, was wir gefunden haben, ist außerirdischer. Okay, man könnte sagen, Meteoriteneisen oder sowas. Ja, aber klar, solche Dinge finden wir. Wir finden Meteoriten, die gibt es. Aber als außerirdisches, etwas Artifizielles, etwas, was ein außerirdischer hergestellt hat oder sowas, es gibt keinen Beweis. Das ist mal das Erste. Heißt natürlich nicht, dass es der Gegenbeweis ist. Mag sein, aber es gibt halt jetzt keinen Beweis. Und das Zweite, und das finde ich eigentlich fast noch viel interessanter, ist, wenn man sich so die Genese anschaut, also die Entwicklung, wie ist eigentlich diese Alien-Geschichte in unsere Welt gekommen? Und dann hat das sehr, sehr viel zu tun mit Popkultur. Natürlich Popkultur seit dem Zweiten Weltkrieg, ganz groß, Kino, Science-Fiction und sowas. Aber es ging ja schon vorher los, die ersten Science-Fiction-Autorin, das ist halt so, ja, aber es ist schon, es ist 20. Jahrhundert. Ich meine, man könnte jetzt auch im 19. Jahrhundert schon welche finden, Schülwerne, Reise zum Mond und so, aber das ist ja schon echt Proto-Science-Fiction, möchte ich es mal nennen. Aber im Grunde genommen, diese Science-Fiction-Ideen, die spiegeln die technische Entwicklung der Menschen, die technisch-kulturelle Entwicklung der Menschen. Kaum fangen die Menschen an, Fluggeräte zu entwickeln, und das ging ja ganz rudimentär los. Aber das ist genau dieselbe Zeit, wo dann auch die menschliche Fantasie so weit war, wow, Fluggeräte, vielleicht sind diese Fluggeräte, irgendwann können wir die so gut bauen, dann können wir zum Mond fliegen oder Beyond oder sowas. Das heißt, es ist direkt eine Spiegelung voneinander. Das ist übrigens auch interessant, die Entwicklung der Fluggeräte, da erinnere ich mich noch nur mal an eine Sendung, jetzt fällt es mir gar nicht mehr ein, wie die geheißen hat, weil es das schon vor ein paar Jahren war, und jetzt spontan denke ich mir das, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber da gab es mal, ich habe mir hier eine Sendung gemacht über Fluggeräte aus dem 19. Jahrhundert, und das geht zurück auf so eine Kunstmappe von so einem Maler, den man gefunden hat, der um 1900 einen Haufen Bilder gemalt hat von seltsamen Konstruktionen, die so eine 19. Jahrhundert Technologie sind, und der, der die Bilder gemalt hat, der beruft sich darauf, dass es all diese Fluggeräte, dass es alles so Prototypen waren, die man tatsächlich so Mitte des, Mitte und zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts des 19. Jahrhunderts gebaut hat, und er da mitgewirkt hat, oder irgendwie dabei war, und dann in späteren Lebensjahren halt, aus seiner Erinnerung raus, diese Bilder gemalt hat. Fällt mir jetzt nicht mehr ganz genau ein, wie diese Sendung heißt, aber wenn ihr es recherchiert, hier auf diesem Kanal, unbedingt empfehlenswert. Für mich ist das, diese ganze Alien-Geschichte, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Das sind alte Geschichten, die sich halt umentwickeln. Und ich zeige euch jetzt gleich ein Foto, was ich für wirklich wichtig halte, denn was wir jetzt gleich sehen, ist der Prototyp des Alien. Das ist sozusagen der erste Alien, der, wie er grafisch dargestellt wurde, und der sieht so aus. Und das hier ist ein Bild von Alastair Crowley. Also Alastair Crowley hat das gemalt. Es ist nicht ein Bild von ihm, er hat anders ausgesehen. Alastair Crowley hat dieses Bild gemalt. Und der Lester Crowley, der galt als Okkultist, Magier, einer der so, da könnte man ganz viel drüber erzählen, über Crowley. Und es ist schwierig, das in ein paar Worte zu packen, weil dann, auch ohne das bewerten zu wollen, aber Crowley ist auf jeden Fall eine super interessante Figur. Und der wiederum einen großen, großen Impact gehabt hat auf die Popkultur, spätere Jahre auch, 60er Jahre, Musikszene und so weiter, da ist ganz groß drin. Aber eben auch diese, dann Popkultur Hollywood, diese Idee von Aliens und so weiter. Und der Prototyp, also diesen birnenförmigen Kopf, der übergroße Kopf, wo man daraus schließen kann, da ist dieses super Gehirn drin. Die sind einfach so schlau, die sind schlauer als wir. Und dann ein bisschen die verkümmerten Sinne, sozusagen das sinnliche, irdische, das verkümmert irgendwann, sondern irgendwann ist es noch Brain. also das ist dieser Prototyp, wie heute noch Aliens auch gezeichnet werden oder sich daraus entwickelt haben, aus diesem Bild, das ist von Alastair Crowley und das soll eben eigentlich darstellen, so hat es Alastair Crowley gesagt, das ist ein Bildnis von Lamm. Der Crowley hat gesagt, er steht in Kontakt mit aufgestiegenen Meistern aus Tibet und in der Erde, Shambhala, Königreich Agathe oder so. Und diese Wesen sollen nicht nur Astralwesen sein, sondern eben auch tatsächlich in Fleisch und Blute sein. Und er wurde von diesem Wesen besucht. Interessanterweise hat er das gemalt, als er in Amerika war, in, wie heißt dieser Ort nochmal? Ist das Montauk? Mist, das ist auch ja nicht im Kopf. Das ist diese Spitze von Long Island, Long Island, New York. Und das ist so eine Halbinsel. Und an der Spitze, ganz an der Spitze, ist dieser kleine Ort, ich glaube, er heißt Montauk. Ist dann auch bekannt geworden von diesem Montauk-Projekt. Und Alastair Crowley war dort. Und dort soll es so gewesen sein, dass er immer wieder Besuche bekommen hat von diesem Lamm. Ein anderes Wesen nannte sich Aiwas, aber das ist, glaube ich, Lamm. Lamm wie Lama. Da ist schon diese Tibet-Connection schon im Wort drin. Und er hat so diese Verbindung gehabt und Crowley hat gesagt, von diesem Lamm bekommt er halt diese ganzen Einweihungen, Magie und höhere Geheimnisse. Und was hat aber Crowley gesagt? Er hat nicht gesagt, dass das ein ausirdischer ist. Ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, das ist ein innerirdischer. Denn Lamm, damals war so diese Vorstellung, ja, Tibet, Innererde, Shambhala und dass von dort halt diese weißen Leute kommen. Und die kann man dann channeln auch und bekommt halt die Weisheit von denen. Und das ist halt so ein typisches, also das ist einfach typisch für den Zeitgeist. Crowley war noch ein Mensch, der so vom Zeitgeist des 19. Jahrhunderts beeinflusst war. Und im 19. Jahrhundert gab es auch diese spiritistische Szene, Leute wie Madame Blavatsky und so weiter. Und das war auch ein Vogue bei ganz vielen. Aber der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts war halt, dass die großen Geheimnisse, dass die entweder so von Shambhala, Tibet, in der Erde kommen oder von irgendwelchen antiken Göttern. Was ganz oft kamen, sind so ägyptische Gottheiten, mit denen man jetzt channeln kann, mit Osiris und so weiter. Und da ist natürlich dann auch schon eine Verbindung zu den Sternen, Orion und Sirius, weil es halt aus dieser ägyptischen Religion kommt. Aber man hat das nicht so gesehen als außerirdische, sondern eher als Entitäten, die halt in der ägyptischen Zeit irgendwie wichtige Priester waren, einen Pharao, mit denen man jetzt irgendwie channelt und deren Informationen reinholt. Aber es ist halt der Zeitgeist. Es ist offensichtlich 19. Jahrhundert. Denn da hat man genau das gehabt, die Geheimnisse der Welt, Himalaya, was so absolut unerforscht war, wo halt so ziemlich keiner hingehen konnte. Und die ersten Leute, die hier hingekommen sind, die haben halt dann eben auch erstaunliche Geschichten mitgebracht. Und das andere ist halt dann so etwas wie ägyptische Götter. Das ist auch typisch 19. Jahrhundert, diese Obsession mit Ägypten. Und das spiegelt sich dort eins zu eins. Und Crowley hat immer behauptet, das ist halt jemand, der aus diesem Shambhala in der Erde kommt. Und wenn ich mich recht erinnere, war es dann einer der Schüler und Nachfolger Crowleys, der als erstes so dieses Alien-Narrativ gebracht hat. Der als erstes gesagt hat, diese Gestalten, die sind gar nicht von der Erde. Und das ist aber dann eben ein Ausdruck von genau der Zeit, wo bei uns technische Entwicklungen so weit gingen. Man fängt halt an, Flugzeuge zu bauen. Und plötzlich geht man ja auf dieser faustischen Reise noch mal einen Schritt weiter. Ah, die kommen von den Sternen. Und diese Entwicklung, wenn man das so sieht, und dann eben auch die Querverbindung rein zur Popkultur, dann ist es für mich, ist es halt ein Narrativ. Es ist halt nur eine Story. Und es ist eine Story, die halt angepasst ist an den modernen Menschen. Das ist unsere moderne Religion. Das ist, was es nämlich eigentlich ist. Dahinter steckt dieses Religiöse. Kannst du das schon erkennen? Wenn es auf einmal um ägyptische Götter geht. What? Tauchen die wieder auf? Aber heute spricht man nicht mehr von ägyptischen Göttern. Und heute sind es halt irgendwelche Aliens. Heute sind es Nibiru oder sonst irgendwelche Aliens. Was aber dasselbe ist, wie bei diesen Religionsnarrativen ist, die sind ja immer überleben. Die sind übermenschlich. Möglicherweise übernatürlich. Und das schon allein diese Worte sollten uns immer so, was ich als geärter Mensch, übernatürlich ist, es gibt für mich nichts Übernatürliches. Das heißt nicht, dass ich Materialist bin. Für mich sind auch Dinge wie Telepathie ist für mich natürlich. Weil Menschen auf einer feinstofflichen Ebene mit dann verbunden sind. Das ist menschliche Natur. Der Mensch ist nicht nur Materie, der Mensch ist auch Geist. Deswegen sind, ich bin kein Materialist, aber so Dinge, die wechseln, alien, fremd, irgendwie außerhalb der Erde, es gibt halt nichts, was dazu spricht, dafür spricht. Während ich natürlich dieses Narrativ halt sehe. Da kann ich genau sehen, ey, guck mal, wie sich das verändert hat. Es ist im Grunde genommen die alten Religionen neu erzählt. Wir sind abhängig von irgendwelchen anderen. Auf Gedeih und Verderb, da gibt es Gute und Böse und so weiter. Das kann so nicht hinhauen. Ich sage damit nicht, dass es keine Aliens gibt. Ich sage, wir wissen nicht so viel über das Universum und da habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Nicht, dass ich das besser weiß, sondern ich sage, wir wissen da nicht so viel. Wir sollten eher uns klar machen, wie wenig wir wissen. Und deswegen können wir nicht wirklich was ausschließen. Aber sollten jemals irgendwie tatsächlich wir in Kontakt kommen mit Aliens, dann wäre es, glaube ich, auch sinnvoll, man würde dort als ein selbstbewusstes Wesen, als ein selbstbewusster Mensch auftreten und nicht von vornherein so in dieser Position sein, oh, die sind uns über und wir sind irgendwie so unten. Also da ist schon diese Opferhaltung immanent. Oder zumindest musst du darum beten um Gnade, hoffentlich sind die gut zu uns. Während wenn es wirklich jemals einen Kontakt gibt zur außerirdischen Intelligenz, hätte ich kein Problem damit. Aber dann eben, dann müssten wir als Menschen oder sollten wir als Menschen eben selbstbewusst dorthin gehen. Selbstbewusst heißt wirklich sich bewusst sein, dass wir dieses Selbst haben, dieses Feinstoffliche. Hey, vielleicht ist das die Vibration, mit der man mit so einer Alien-Kultur vielleicht viel mehr irgendwie kommunizieren könnte. Man muss rauskommen aus diesen mentalen Denkweisen, diese Opferdenkweisen. Und da ist irgendwas Göttliches oder auch Böses, aber das über den Menschen steht. Das ist genau das Gegenteil von Eigenverantwortung. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch dieses Thema wieder aufgreife. Ich habe ja schon mal eine Sendung gemacht, wo ich das ein bisschen intensiver oder detaillierter noch angehe. Aber es ist schon einige Jahre her. Könnt ihr aber immer noch finden. Der heißt der Alien-Mythos. Empfehle ich euch. Schaut die Sendung mal an. Es ist ein irdisches Narrativ, was dafür sorgt, uns Menschen in dieser, wie es bei den Religionen schon immer war, in so einer niedrigen Haltung zu haben. Du bist halt abhängig von irgendwelchen anderen Kräften. Und dann musst du am besten schön dort der Untertan sein und dann bekommst du vielleicht die Gnade. Aber das ist genau das Problem. Das ist, warum ich dieses Thema so anspreche. Und ja, jetzt wurde es so massiv auch in den Medien auf einmal auftaucht. Da man sich echt nur wundert. Ich meine, uns eins beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten auch mit diesem UFO-Phänomen. Und ja, auch mit dem Alien-Phänomen. Früher, das was ich euch jetzt erzähle, das habe ich früher auch nicht gesehen. Also früher hätte ich das schon für eher wahrscheinlich gehalten, dass es Aliens gibt, dass die auch involviert sind in die menschliche Geschichte. Aber meine Erkenntnis stand, als ich im Laufe der letzten 30 Jahre dahin geändert habe, dass ich sage, ich erkenne da nur noch so ein Narrativ. Während handfest Beweise sehe ich halt überhaupt nicht auf dieser Welt. Aber jetzt, wo das halt so wiederkommt, sollte man sich dessen gewahr werden. Das sind keine Narrative, die uns zur Selbstermächtigung bringen, zum Selbstvertrauen bringen, sondern es sind immer welche, die den Menschen so eine Abhängigkeit bringen. Und viele von euch sind, schätze ich, auch anfällig für diesen Alien-Mythos, für dieses Alien-Narrativ. Und da möchte ich jetzt noch an etwas erinnern, was auch aus den 80ern kommt, das sogenannte Project Blue Beam. In den 80ern ist diese Idee aufgekommen, diese Story aufgekommen. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Wirklichkeit ist oder ob das nur eine Erfindung ist von jemandem. Fiktion. Weiß ich nicht genau. Aber die Idee ist, selbst wenn es Fiktion ist, dann passt es einfach wiederum gut in die 80er rein. Die Idee ist, dass es von den großen Powergamern, die so eine Weltregierung planen, eine Weltherrschaft planen. Die Idee ist, dass das eine der, vielleicht der letzte Joker wäre, den man im Kartenspiel spielen kann, eine außerirdische Bedrohung konstruieren, die dann die Menschen dazu zwingt, alle zusammenzurücken. Und es gab auch bekannte Politiker, die sich diese Idee angeschlossen haben. Ich weiß nicht, Reagan auch, der davon gesprochen hat, bin ich mir ganz sicher. Würde auch passen, 80er Jahre. Aber das ist so die Grundidee. Ein Feindbild aufbauen und dadurch die eigenen Leute zum Zusammenhalt zwingen. Das funktioniert auch auf der Erde ganz gut. Also in Kriegen haben wir das oft gesehen. Und diese Idee ist eben, dass man das auch auf den ganzen Globus übertragen könnte. Und Project Blue Beam, deshalb Beam, also so ein Strahl, weil die Idee dort so ausgeführt wurde, man könnte dann vielleicht mit holographischer Technologie, könnte man Aliens an den Himmel zeichnen. Auf den Himmel malen, sodass das wirklich für uns aussehen würde, wie oh, jetzt kommen die. Und die stellen die und die Forderungen, okay, müssen wir machen. Aber es wäre dann alles nur eine Mogelpackung. Es wäre wie so ein Kassballtheater. Es wäre so eine Puppe, die das sagt und die Kinder schreien, oh ja. Und man könnte dann auch eben, so hat es schon dieses Project Blue Beam gesagt, deswegen ist ein anderer Name dafür, das Messias-Projekt. Ähnlich, so werden diese Ideen auch genannt. Da ist die Idee, es könnten nicht nur Aliens sein, sondern es könnten auch, je nachdem, für welchen Kulturkreis das gemacht ist, es könnte auch die Jungfrau Maria erscheinen oder Jesus oder Fatima oder Krishna am Himmel und eine Milliarde Leute würden ihn sehen und Krishna spricht zu den Menschen und sagt, mach das und das, tut das nicht mehr oder sowas. Und das ist interessant, weil dann schon eben in dieser Idee dieselbe Verbindung gezogen wird, die ich schon vorher gesagt habe. Das mit den Aliens ist im Grunde, das sind die alten religiösen Narrative nur halt auf unsere moderne Maschinenwelt halt umgemünzt. Aber es ist dasselbe. So könnten wir für unsere modernen Menschen könnten wir Aliens bringen, während, und so hat man sich es in den 18ern gedacht, irgendwie für die Inder, da lassen wir dann Krishna erscheinen oder sowas. Naja, ich meine, diese Idee scheint mir jetzt eh schon obsolet, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man heute damit durchkommen würde, aber ganz grundsätzlich weist diese Idee schon auf etwas hin. Lasst euch da nicht einspannen, lasst euch da nicht in irgendwas reinziehen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Aliens oder sowas und wir sollten keinesfalls unser Handeln irgendwie in so eine Richtung anpassen. Und wer da immer noch nicht genug, genug Skepsis hat, das ist was ich haben will, oder Misstrauen, wer immer noch jetzt fest an diese Dinge glaubt, dem gebe ich noch einen mit auf den Weg, zur Warnung sozusagen. Schaut euch mal dieses Bild an. Das ist ein Bild aus den 90er Jahren, Anfang der 90er, ich glaube 93 ist es rausgekommen. Und das hier sind, das sind ein Haufen Leute dort am Start, die diese ganze UFO-Alien-Geschichte, Alien-Debatte prägen. Da sind bekannte Namen da, und ich kenne nicht alle, weil ich jetzt auch nicht jahrzehntlang in dieser Bubble bin, aber ein paar Namen sind mir auch geläufig und sind intelligente Leute, ich möchte jetzt hier nicht bashen, so interessant durchaus, sich mit deren Werk auseinanderzusetzen. Da sind Leute dabei, wie Dr. Stephen Greer, es ist, glaube ich, ich habe mir so die Liste hier aufgeschrieben, müsste der zweite von links sein, dass Linda Moulton Howey dabei, hochinteressante Frau, die Bücher geschrieben hat und die ganz viel in alternativen Medien auch unterwegs ist, sich auch zu anderen Themen äußert. Denn das ist das Nächste. Das Alien-Thema ist dann auch verbunden mit Politik. Und so habe ich es in jungen Jahren auch gedacht. In jungen Jahren habe ich gedacht, dass wir sehen ein hierarchisches System, unsere Erde, die Menschen, wir sind hierarchisch organisiert. Und an der Spitze steht halt Herrschaft. Und ich hatte in jungen Jahren immer das, hatte geglaubt, dass es so ist wie auf dem Ein-Dollar-Schein. Ihr kennt das, das Auge in der Pyramide-Logo, The Great Seal of the United States, wo eine Pyramide gebaut ist und dann das Pyramidion, der Deckstein, der auch schon bei den Ägyptern so eine besondere, okkulte Bedeutung auch hatte, der schwebt über der Pyramide. Und ich habe das immer so gedacht, ey, das Schweben, das ist dann eben die losgelöste, die Alien-Connection. Auf der Spitze der Pyramide sind vielleicht gar keine Menschen mehr. Habe ich lange so gehabt, aber ich sehe es jetzt nicht mehr. Mittlerweile sehe ich halt ein menschliches Drama. Aber ganz viele Leute meinen das. Und deswegen ist auch dieses Alien-Thema auch so gefährlich, weil es uns eben ablenkt und auf eine falsche Fährte bringt. Und politisch kann man dann auch die Dinge, die ja nicht gut laufen und möglicherweise, wenn es ganz schlimme Zukunftsfantasien so wären, dass wir dann so in eine Knechtschaft geraten, weil wir müssen alles auf der Welt opfern, damit wir die Welt vor den Aliens retten. Du legitimierst, kannst du sozusagen Politik legitimieren. Das ist das Gefährliche. Und das ist immer so, Religion und Politik gehen Hand in Hand. Das habe ich euch auch schon oft gesagt. Das kann gar nicht anders sein. Die Religion legitimiert die Politik. Und wenn jetzt die Alien-Geschichte sozusagen die neue Facette der Religion ist, dann nur um eine jetzige Politik Richtung Ein-Welt-Staat und Richtung Autorität als Legitimierung zu nutzen. Und deswegen warne ich euch davor, damit wir nicht in diese Falle treten. Ja, und was hat das jetzt mit diesem Bild zu tun? Das Entscheidende ist, diese Leute, die sind zusammengekommen auf einer Konferenz um dieses Disclosure-Projekt. Da gibt es vielleicht auch mehrere. Also einfach Disclosure heißt enthüllen. Also etwas, was vorher geheim war, öffentlich zu machen. Und da geht es vor allem darum, eben dieses UFO-Thema öffentlich zu machen. UFO- und Alien-Thema. Und das ist, die trennen das nicht. Und ganz oft, und das erleben wir heute, diese Disclosure, es sind auch Geheimdienste involviert. Es sind Geheimdienste, die irgendwie mal eine Information droppen. Wo wir grundsätzlich schon misstrauisch sind, weil es sind halt Geheimdienste. Das ist nicht, auch in deren Selbstverständnis, nicht die Aufgabe, Menschen bejahende Aufklärung zu betreiben. Und das ist also immer in diesem Thema drin. Und was hier so spannend ist, die sind also auch zu dieser Disclosure-Konferenz gekommen, auf der Ranch von, wo ist er denn, von diesem Gentleman hier, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und das hier ist Lawrence Rockefeller. Oh, und bei dem Namen, das sollte noch bei einigen von euch in so die Alarmglocken hochgehen. Rockefeller? Einer aus der Rockefeller-Familie? Ja, einer aus der Rockefeller-Familie. Lawrence Rockefeller, der hat diese Konferenz ins Leben gerufen. Auf seinem Land hat die Leute dort eingeladen. Und, ey, ich meine, ich weiß, das beweist nichts. Aber, natürlich kann auch ein Lawrence Rockefeller, ist ein Mensch und vielleicht ist das genau das Thema, das ihn interessiert. Und, heißt auch nicht, dass hier Leute wie Stephen Greer oder so, dass die jetzt Zöglinge sind von einem Rockefeller und nur bei dem im Dienst stehen. Das heißt das natürlich nicht. Aber, ganz ehrlich, ein bisschen Geschmäckle hat das schon, oder? Was würdet ihr denn ihr davon halten, wenn so ein Foto auftauchen würde, wo hier wir nur wie so Leute bei der Familie Quant irgendwie ein Picknick machen würden und dort Barbecue. Da würden doch auch einige Leute sagen, das sieht komisch aus. Da würden sich Fragen stellen, gerätst du da in eine Abhängigkeit von solchen mächtigen Sponsoren auch? Bist du, und man muss es noch nicht mal so düster ziehen, im Sinne von, wow, das ist die große Verschwörung und der Rockefeller, der will die Welt herrschaft und jetzt spielt da die Karte aus. Das kann auch in die Richtung gehen. Religion und Politik gehen zusammen. Aber es kann auch so ganz banal sein. Du kommst halt in finanzielle Abhängigkeiten. Plötzlich hast du halt so einen Geldgeber und ja, da entstehen Budgets, du hast vielleicht auch Leute eingestellt und machst du deine Arbeit oder du bist abhängig von dem. Und dann bist du eben nicht mehr in der, wirklich in freier Forschung drin und da kann dann sehr wohl kommen. Auch da, selbst wenn der Lawrence Rockefeller das gar nicht als Verschwörung sieht, aber wenn der davon überzeugt ist, das ist das UFO-Ding und der finanziert das Ganze und der ist überzeugt davon, hier Aliens sind da, ja dann möchte er auch, dass die Arbeit dann dementsprechend die Ergebnisse bringt. Das ist wie immer so, wenn Wissenschaftler für reiche Menschen arbeiten, Farmindustrie ist es auch nicht anders, dann kommen deine Untersuchungen, die sind schon voreingenommen, du bist doch nicht völlig frei. Und also Leute, die da anfällig sind und in diesen Alien-Glauben kommen und meinen, dass Aliens hier irgendwas damit zu tun haben, wie die Dinge auf der Erde laufen, die sollten sich auch mal so ein Foto anschauen und dann könnte es doch zumindest mal so eine gewisse Vorsicht erwecken, weil mehr erwarte ich ja gar nicht. Wir alle wissen es nicht. Wir alle wissen nicht wirklich alles, das wäre faustisch, ich will alles wissen. Gerade über das Universum wissen wir ganz wenig und ich sage nicht, dass es keine Aliens gibt. Ich sage, ich weiß es nicht, weil wir auch über das Universum recht wenig wissen. Keine Ahnung, was es da alles geben kann. Ich werde auch offen und wenn es jemals zu einem Kontakt kommen würde, dann auch als selbstbewusster, ganzheitlicher Mensch, aber nicht in so einem Oh, jetzt kommen ja so die Halbgötter zur Erde zurück. Ich weiß es nicht, was es in diesem Universum alles gibt, aber auf dieser Erde, da sehe ich nirgendwo auch nur einen handfesten Beweis, dass es eine Alienpräsenz gibt oder gab oder dass die irgendwie einen Input hat, sondern alles, was ich auf der Welt sehe, ist eine menschliche Geschichte, eine menschliche Tragödie auch. Und auch die Probleme, die wir auf dieser Welt haben, sind aus meiner Sicht aus der menschlichen Entwicklung heraus zu verstehen, was auch den großen Vorteil hat im Vergleich zu diesen ganzen Alien- oder religiösen Narrativen, es besteht die Chance zur Heilung. Weil wenn es menschliche Probleme sind, die menschlich kreiert wurden, menschliches Drama und Tragödie ist, da kennen wir uns aus, weil wir sind Menschen. Und da haben wir auch eine Chance, irgendwas zu ändern. Wenn wir abhängig sind von irgendwelchen, nenn es Götter, Dämonen, Engel, Entitäten, sonst was, wenn wir von denen abhängig sind und die sozusagen die Geschicke auf der Erde bestimmen, dann würde meine Arbeit zum Beispiel überhaupt keinen Sinn machen. Wozu soll ich dann aufklären? Welchen Sinn ergibt das so? Das gibt nur einen Sinn, wenn du auch an Heilung glaubst oder vertraust, dass wir auch was verändern können. Und das tue ich. Ich sehe den Menschen und die Erde im Mittelpunkt. Und da, da gibt es noch ganz, ganz viele Geheimnisse. Das ist ja das. Die Leute sind meistens gefangen in dieser Dialektik. Wenn du nicht so an Aliens oder so glaubst, dann meinen die Leute, man wäre so jemand, der, ja, wie sie halt so ganz viel in unserer Gesellschaft gibt, so Leute, die in einem sehr engen Weltbild leben, sehr enges, materialistisches Weltbild. Aber ich sehe ja den Menschen als ganzheitlich. Im Menschen sind so viele Dinge, die wir noch nicht wissen. Über dich selbst weißt du ganz viele Dinge noch nicht. Wir wissen ganz viele Dinge über die Erde noch nicht. Unser naturwissenschaftliches Weltbild ist falsch. Da gibt es so viel zu entdecken. Wenn ich sage so, lasst euch nicht von irgendwelchen transzendentalen Alien oder Religionsgeschichten locken, dann heißt es ja nicht, oh, dann ist es aber langweilig. Dann haben wir nur noch dieses oberflächliche, irdische Leben. Nein, weil das irdische Leben ist nicht oberflächlich. Das ist total spannend. Hier passieren so viele erstaunliche Dinge, aber halt erdgebunden. Wir haben transzendental. Das Wort sagt es ja schon. Zen. Und es ist jetzt hier freie Wortspielerei. Es ist jetzt nicht etymologisch klar definiert. Aber Zen ist auch hier und jetzt. Also wie der Zen-Lifestyle. Hier und jetzt. Das ist das Entscheidende. Aber wenn es transzendental wird, trans heißt ja sowas wie jenseits davon oder halt weg davon. Das sagt schon das Wort. Das führt uns weg vom Zen. Jenseits vom Zen. Aber das Zen ist hier auf der Erde. Das ist hier und jetzt. Das ist alles, was zählt. Das ist, wo du wirklich selber Einfluss nehmen kannst auf dein Leben, auf dein Glück, auf dein Geschick, wie du lebst, wie deine Lebensqualität ist. Da ist ganz viel selber Einfluss. Das Transzendale, das führt nur weg vom Hier und Jetzt. Und aus meiner Sicht, und just this freak saying, aus meiner Sicht, das sind Dinge, die uns wegführen. Das sind Dinge, die ausgenutzt werden von den Mächtigen, wie es schon zu allen Zeiten war. Das sind religiöse Narrative. Und lasst euch da nicht wegfangen. Das UFO-Phänomen, das ist interessant. Es gibt möglicherweise Technologie, die nicht an unseren Hochschulen gelehrt wird. Das halte ich für doch was möglich. Aber das ist immer noch irdisch. Es gab möglicherweise eine Lost Civilization, so eine frühe Hochkultur, die andere, spätere Kulturen inspiriert hat. Hey, lass uns auf eurem Pyramiden bauen oder sowas. Weil diese Fragen sind natürlich schon interessant. Da gab es doch Impulse. Aber die müssen nicht von irgendwo außen gekommen sein. Sondern ich würde die immer erstmal in der Erde selber suchen. Und das ist auch spannend, weil die Geschichte der Erde, die Natur, der Mensch, auch da findest du Unendlichkeit drin. Und das ist bei weitem noch nicht alles erklärt und auserzählt. Und wir leben in dieser langweiligen, materialistischen Welt und bauen uns deswegen so unsere Fantasy Hirngespinste aus. Nee, kommt erstmal richtig in dieser Welt an, in diesem Leben an. Und dann wird man sehen, da gibt es so viele Dinge, die wir zu erforschen haben, wo ein Leben sowieso nicht reicht. Und da muss man nicht ins Transzendentale gehen. Denn am Ende ist es nur Religion. In diesem Sinne, lasst euch da nicht einfangen, bleibt eben hier und jetzt. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Unterstützt uns weiterhin. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.